Ja, ich bin Ricardo Last. Ich führe eine Möbeltischlerei in Lübeck, Bad Spartau. Ja, und wie der Name schon sagt, wir bauen Einbauschränke, Einbauküchen, Treppen für den Privatkundensektor. Das ist eine Situation vor der Zusammenarbeit mit A&M. Also wir wären zwar gut über Google gefunden, haben aber immer so die Probleme mit unseren Wunschkunden, den zu finden. Also großer Preiskampf mit der Konkurrenz. Eigentlich gab es nichts Spannendes. Also es ist bisher alles spannend. Es ist eine gute Atmosphäre hier. Man merkt, die Leute sind aufmerksam. Thema Mitarbeitergewinnung oder eben auch Kalkulation, das Thema Kalkulation. Das waren so für mich jetzt die herausragendsten Themen, weil wir einfach so dieses Thema Social Media aufgreifen wollten. Also wir selber kennen uns nicht so gut damit aus. Wir sind Handwerker und die A&M sind der Experte dafür.